Finanzmarktwelt präsentiert den XTB-Morgenticker vom 24. November 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Nach einer mäßig erfolgreichen europäischen Sitzung am Donnerstag und einem handelsfreien Tag an der Wall Street war die Stimmung heute in Asien überwiegend schwach. Der Hang Seng Index verlor mehr als 1,7 Prozent und der südkoreanische KOSPI büßte 0,7 Prozent ein. Japans Topics und Nikkei legten um die 0,5 Prozent zu. Die Aktien in Hongkong büßten ihre Gewinne vom Donnerstag wieder ein, was auch an Chinas Rettungsaktion für den Immobiliensektor liegt und auf langfristige Probleme für die chinesische Wirtschaft hindeutet. Nach euphorischen Kursgewinnen von fast 9 Prozent am Donnerstag verlor der chinesische Entwickleraktienindex mehr als 1,5 Prozent. Der frühere Kursanstieg folgte auf einen Bloomberg-Bericht, demzufolge China den Banken zum ersten Mal erlauben könnte, ungesicherte kurzfristige Kredite an qualifizierte Bauunternehmen zu vergeben, um den Zusammenbruch des Immobilienmarktes aufzuhalten. Das Weiße Haus äußerte die Hoffnung, dass die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln am Freitag beginnen würde, aber die Situation bleibt ungewiss. Ein Sprecher des bewaffneten Flügels der Organisation, Abu Ubaida, rief zu einer Eskalation der Konfrontation mit Israel an allen Fronten auf. Rohöl der Sorte Brand legt leicht um 0,3 Prozent zu und wird über 81 Dollar pro Barrel gehandelt. Anonymen Quellen zufolge sind die OPEC Plus und die afrikanischen Mitgliedsländer der Gruppe einem Kompromiss über die Fördermengen für 2024 näher gekommen. Eine Umfrage unter Ökonomen zur neuseeländischen Zentralbank Reserve Bank of New Zealand ergab einhellig, dass die Bank die Zinssätze bis mindestens Ende Juni 2024 bei 5,50 Prozent halten wird. 15 von 26 Ökonomen gaben an, dass die Bank die Zinsen bis Ende des dritten Quartals 2024 um 25 Basispunkte senken wird. Die neuseeländischen Einzelhandelsumsätze lagen bei 0 Prozent gegenüber minus 0,7 Prozent Prognose und minus 1 Prozent zuvor. Japans vorläufiger Einkaufsmanagerindex der Yibon Bank MFG lag bei 48,1 gegenüber 48,7 zuvor. Der Verbraucherpreisindex lag bei 3,3 Prozent gegenüber einer Prognose von 3,4 Prozent und zuvor 3 Prozent. Die Kahnrate lag bei 2,9 Prozent gegenüber den Erwartungen von 3 Prozent und zuvor 2,8 Prozent. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen stiegen um mehr als fünf Basispunkte, nachdem die Kurse europäischer Anleihen gestern gefallen waren. Ein Bericht, der darauf hindeutet, dass Deutschland die Schuldenbeschränkungen das vierte Jahr in Folge aussetzen wird, beunruhigte die Anleger und schürte die Besorgnis über die Höhe der Verschuldung, da sich die Wirtschaft der Eurozone verlangsamt. Das Kreditrisiko der am niedrigsten bewerteten europäischen Ramsch-Anleihen fiel auf den niedrigsten Stand seit April 2022. Das britische GFK-Verbrauchervertrauen fiel besser aus als erwartet und lag bei minus 24 gegenüber minus 28 Erwartungen und minus 30 zuvor. U-Pill von der britischen Zentralbank Bank of England wies darauf hin, dass die Zentralbank es sich nicht leisten kann, die Geldpolitik zu lockern und verwies auf die schwächere Wirtschaftstätigkeit, während die Beschäftigung zunimmt. Goldman Sachs hob den erwarteten Zinssatz der Bank of Turkey auf 42,5 Prozent an, nachdem er gestern von 35 Prozent auf 40 Prozent erhöht wurde. Die US-amerikanischen und europäischen Futures notieren derzeit unverändert. Die asiatischen Index-Futures, die die Sitzung bereits beendet haben, verlieren derzeit. Das Währungspaar Euro gegen US-Dollar wird flach gehandelt. Kryptowährungen werden in überwiegend positiver Stimmung gehandelt. Bitcoin konsolidiert weiterhin um die 37.400 Dollar. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB-Morgenticker.